Was ist Manifestationsmeditation? Praktizierende der Manifestationsmeditation glauben, dass das Universum gleichzeitig Energie schafft und von dieser geschaffen wird. Durch gezielte, gezielte Meditation können sie die Dinge verwirklichen, die sie in ihrem Leben am meisten möchten. Wünsche durch Meditation zu manifestieren, erfordert die Fähigkeit, einen Wunsch mit den eigenen geladenen Energien in die Realität umzusetzen. Fachleute weisen darauf hin, dass es weniger darum geht, das Universum nach individuellen Bedürfnissen und Wünschen zu manipulieren, als vielmehr darum, der eigenen Energie zu folgen, um die richtigen Gelegenheiten zu finden, die es die ganze Zeit gegeben hat, die aber möglicherweise nicht erkannt wurden. Wie bei anderen Arten der Meditation führt die Manifestationsmeditation den Praktizierenden aus dem Beta-Geisteszustand, der zu irdischen Ablenkungen neigt, nach innen. Nur in einem tiefen, inneren Fokus können sich manifestierende Ziele oder Hoffnungen manifestieren. Der erste Schritt besteht darin, aufzuschreiben, was erwünscht ist, und Zeit für die tägliche meditative Praxis zu finden. Tägliche Meditation kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Bei regelmäßiger Übung genügend 10 Minuten, um den Geist in einen laserähnlichen Fokus zu bringen. Der Blutdruck sinkt, die Herzfrequenz verlangsamt sich und das Bewusstsein des Praktizierenden wird durch tiefes Bewusstsein erfüllt. Damit die Manifestationsmeditation effektiv ist, ist es wichtig, dass der Praktizierende nicht nur täglich, sondern auch mehrmals täglich dankbar ist. Es ist unwahrscheinlich, dass das Universum jemanden zu einer Gelegenheit der physischen Manifestation eines Verlangens führt, wenn diese Person nicht erkennt, was bereits vorhanden ist. Dankbarkeit für jedes Detail ist unerlässlich, nicht nur für die großen Dinge wie Gesundheit oder Kinder. Zum Beispiel den Duft einer Blume zu würdigen oder einen Moment lang einen Blick auf eine Obstschale zu werfen, schafft Momente der Glückseligkeit. Während der Manifestationsmeditation muss der Praktizierende zuerst das Geschwätz aus dem Verstand entfernen und dann die gesamte Energie darauf lenken, sich auf ein einziges visuelles Bild zu konzentrieren. Das Bild des gewünschten Ereignisses oder Objekts muss spezifisch und präzise sein und nicht vage oder verschwommen. Je klarer das mentale Bild ist, desto einfacher wird es für den Praktizierenden, den Weg durch die Unordnung der Welt zu finden, um es zu finden. Der Praktiker muss sich nicht nur das Gewünschte vorstellen, sondern auch in einem Beziehungszustand sehen. Jemand, der nach Liebe sucht, sollte sich beispielsweise nicht einfach die Person vorstellen, die er will, sondern sich selbst mit dieser Person interagieren sehen. Der meditative Zustand liefert die Energie für die Manifestation, ist aber an und für sich nicht ausreichend. Der Praktizierende muss daran denken, nach der Meditation zielstrebig konzentriert zu bleiben. Das Bewusstsein, das im inneren Zustand erlangt wird, muss nach der Meditation eingesetzt werden, da es zu dem gewünschten Objekt führt.